Es gibt ja so Bauernweisheiten und ich habe das Gefühl, dass Bauern früher weiser waren. Also, ich höre ja meinem Vater oft zu, wenn er redet und so. Es gibt so Bauernweisheiten, zum Beispiel so Menschen-Sinn und Juni-Wind ändern sich meist geschwind. Das ist Gesellschaftskritik und das Wetter. Mein Vater, wenn der so Sprichwörter machen würde, würde er zu sagen, Kümmel ist im Angebot, hier sind 20 Euro, kauf Kümmel. Das ist nicht so virtuos.